Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, hier, PV Canyon Crossing. Ja, weiter geht's bei der Ernte. Hab jetzt abgeliefert, die erste Menge. Da sind wir eingestiegen, doch jetzt. So, können wir unten weiterfahren. Ja, das geht. Mal gucken, wie jetzt oben es selber läuft. Ja, ganz gut. Besser wie im 19er. Mal schauen, wenn jemand dazu kommt, wenn man Zeit hat. Jetzt haben wir Donnerstag, so rein theoretisch Samstag, Freitag ist knapp. Samstag oder, ja, wenn es sein muss, dann Freitag. Ist aber ein langes Stück von den sieben Folgen. So ungefähr. Das ist einmal die Woche. Weiß ich, ab 16 Uhr bis Ende offen. Wir sind halt fertig, ist ja mal so. Freitag würde ich mir offen lassen für ein Livestream, wahrscheinlich Icarus. Und, ja, Sonntag, je nachdem wie ich schicht habe, soll das hier auch nicht so lange gehen. Ne, ne, ne. Ich bescheid habe, ist das, ja, ungünstig, ne, wenn es so lange geht. Und dann haben wir da. Ich denke, man hat auch nicht wieder Zeit, ne. Je nachdem. Ja, ich hoffe mal, dass er ton. Ich habe es jetzt so gemacht, dass die Fähre zu werden ist. So, ein bisschen mehr als vorher. Muss ich nun schauen, dass wir da nicht zu laufen werden, ne. Muss ich mal reinhören. Und die Ecke des Wackels, da oben, ist irgendwas. Ich bin nicht hoch genug. Ja, macht aber nichts. Aber besser wie vorher. Letzten Tage war ja immer so, dass auf der Seite bin es immer so zu sehenbar. Köstlich. Ja, also Schnee, mit Licht. Das wird ein Lichterentfall hinter zusammen. Ja, zu zweit. Das wird ein bisschen leichter. Das muss ja nicht, äh, praktisch. Im Grunde kann jeder spielen, wie er möchte. Also, da gibt es keine Vorschläge. Ich habe drauf, äh, Kurs, der Allrive. Man muss ja nicht jeden Meter fahren, ne. Ich sage mal, so Vorschriften, die man nicht kontrollieren kann. Das soll man nicht einführen. Ich meine, äh, was man machen könnte, ist, bei Kursplay zum Beispiel, äh, richtig Kurs dann am Rechner speichern, ne. Also, weiß nicht, aber es wird nicht funktionieren, dass er irgendwie dieselben Kurs auf sein Rechner hat, aber wie gesagt, wenn man sich die speichert und dann wir nutzt, dann brauche ich nicht neu gerechnet und dann heckt das sich nicht auf. Unter Umständen. Bad Icarus soll am 22. August die neue Karte rauskriegen. Ich meine, das dauert noch ein bisschen. Heute haben wir den 14. Morgen ist 14. Montag. Ja, mal schauen. Dann müsste ich eigentlich, wenn ich da starte mit Spätschichter ist, wenn ich das erste Mal arbeite. Ja, was waren Sie, so wird es eh nichts. Und nur so in groben Richtung. Das heißt, das ist auch so kaum da, aber ich versuche es jedenfalls. Der zieht mit dem Sprit schlecht aus, da muss ich mir bald, das wird für hier noch reichen, für den nächsten Teil wahrscheinlich auch. Dass ich da mir eine Tankstelle hinstelle und dann mal Sprit holen. Kann ich gleich mal gucken, wenn wir die Anrechnung fahren, dass wir so ein gleicher Kaufen 18.000 Liter von Fass mit orangener Farbe und für Diesel, ne? Wenn wir später von Polizium und das mehr brauchen, dann kann es sein, dass wir da einen größeren zulegen werden, aber erstmal reicht einen kleiner. Muss ja mit dem Geld haushalten, ne? Ja, für die Wahlen gibt es am besten Preis im Januar, aber so lange würde ich nicht warten. Aber wir Geld, ne? Ich weiß, es war eine Helferei, dann können wir gleich mal abtacken. Mal kurz reingucken. Ob ich den Mod drauf habe. Oh, oh. Wo ist der hier? Der ist hier. der hat 18.000. 7.000 im Monat. Der hat 18.000. Und der kann auch Diesel und anderes Zeug. Mal nur noch eine andere Farbe nehmen. Universal. Universal. Füllausbringer. Nehmen wir Universal, ne? Kaufen. Dann brauche ich noch einen Flug für den kleinen Acker. Da wir ein bisschen mehr Bonus kriegen. Traktor mäßig habe ich glaube ich nur mittelgroß. Maximal ist 205 PS. 200 PS. Also 205. Was im Angebot? Nix. Habe ich so ein Dings drauf, wo man auch flügen kann als Gruppe? Könnte sein, aber ich glaube eher nicht. Wäre ja auch nicht so schlimm, also Tiefenlocker. Wird ja auch gehen, aber 200 PS haben wir bestimmt. 250. Das ist ja keine Arbeitsbreite, ne? C-Technik. Flüge. Der 160 PS und 220. Das ist grenzwertig. 1, 2, 3, 4, 5. Der war so klein. 2,5. Bei normalen Traktor her, der ein bisschen größer ist, ne? Der braucht 300 PS. Das ist 100-Richtige Arbeitsbreite. 300 PS. So. 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 Nehmen wir schwarz. Schwarz passt immer. So. Mal gucken, was wir leisten können. ein Taktor mit. Der hätte sowas. denn haben wir gehabt wo es ist eigentlich von dir so vor allem jetzt ganz schön groß viele mods haben dann auch hier dann direkt auf die dinge kosten auch schon viel geld ja gut er 219 war der pps-zahle in der furcht haben so naja breitreiben heftig da sind noch diese dinge so der hat 400 na das gefällt mir so nicht das sagt mir so nicht zu das soll ja auch bezahlbar sein und einigermaßen funktionieren in sieben ja das wird ausreichend reifen haben wir hier drei reifen plus gewichte drei punkt das müsste genügen kosten gut haben wir gekauft können wir das nicht fügen lassen aber ich muss vorher die ballen unternehmen müssen wir schauen irgendwann muss das land kaufen dann wird da die fräse auch noch zulegen die fräse auch noch zulegen das geht auch noch dann können wir auch gleich mitnehmen können wir ein paar wirken weg nehmen um die fläche die wir nutzen können müssen erweitern da wäre ein zweiter lkw nicht schlecht dann kann man auch mal die fräse auch noch mal die fräse auch mal verkaufen wenn dann hier muss man sich jeden schritt überlegen also 50.000 müsste reichen mit e-umlandung anhänger da können die fräse die ballen weggefräst werden und und ich würde es gar nicht mal erstellen die felder sondern nur ein bisschen begradigen durch malen und das ist nur die fläche flügen die jetzt in der mitte und da vielleicht gras aussehen gut hat machte helfe gut hier haben wir noch in der hänge wo ist der andere Teil? da oben oh ja, ach, der wägt da runter so fliegen wir rum im Gewicht oh, da müssen wir später holen wir können ja auch nicht durchs Wasser fahren das geht ja nicht das geht ja nicht aber eine zweite Fähre ist ein Shuttle ups doch andersrum ja das hat doch ein kleiner weiter muss reichen wenn wir größere Felder haben, wenn wir einen größeren Flug haben oder zumindest nie was ähnliches ne aber für ein aber wiederum brauchen wir Platz wir brauchen Diesel, das steht fest ich muss ja sowieso mit der Fähre eher fahren dass dann immer im Traktor dann werden wir dessa und schicken Map anfühls소را also erstmal an die Fähre muss er hier wieder erst kommen und abholen die Sache und dann kann man jetzt die fräse erst kann ich drücken rückwärts und ja heute den rest und dann wenn es so klappt und dann gerade geschaut wird samstag im groben ganzen samstag so ab 16 uhr ungefähr wenn es passt ansonsten kann auch freilag sein wenn alle strenger reißen also sonntag würde ich ganz gerne er nicht weil da weiß ich immer nicht so genau wenn ich mal sonntag abends müde bin und der frühe ausgehen muss dann gehe ich ganz gerne ein bisschen früher ins bett und dann liegt dann bis will ich gerne vermeiden das heißt auch nicht dass es nicht sein kann also das option ich mache nur ganz gerne sieben folgen am stück fertig also mit pause meinetwegen aber so dass praktisch dass ihr da auch bearbeiten kann dann ein stück das macht sie mir ganz gut da kann ich auch sie mal einmal hochladen nächste mal bei der planung da kann man das durchziehen kommen nicht durcheinander man die gefahr besteht immer so wird es ein bisschen minimiert wenn ich auch nicht mal der jüngste hier oder gerade kann man halt viel machen mein wenn da jemand ein extra hof haben möchte ich habe damit kein problem es gibt ja noch vier stück der auswahl auf eins bin ich drei ist drüben wo wir dabei sind die drei über das drei ich glaube drei war da zwei ist auf dem einem ende bei den ganzen minen und so dass immer auch felder also keiner musste hier mit der mine abquälen nur im brücken bauen und die rohstoffe herstellen erst mal das wird ja nicht passieren im geben da wie gesagt haben wir geld verdienen sache läuft auch schon zu verkaufen wir wollen im beirken praktisch so aber dann auch abholen und den ja genau geht das hier rein und häuschen wäre nicht schlecht gewesen und man sagen könnte auch wieder anstrengend jetzt und dann wir wollen ich jetzt 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 dann müssen absichern also ihre zaun ja also ich höre so gut wie nix und lautermachen ich muss mal reinhören server also spielen aufnahmen auch da wenn fertig ist anführungszeichen das ist jetzt die fünfte folge aufnehmen 3 3 müsste ich noch anfangs will ich ganz gerne auf einen tag bleiben um ein bisschen voranzukommen weil grasballen müssen ja auch sinnieren und das dauert auch sonst wenn wir ein bisschen was produzieren wir sind auch von vorteil es sei dann das irgendwann nicht mehr machbar mit beliefern und so dass man die schaffen hinterher kommen nachher kommen auf zwei tage strecken nachts wird immer geschlafen oder ganz schnell durch spuren also 120 oder so aber im grunde schlafen wir haben ja ein haus ne einer muss halt dann und aner muss halt um vollen tank da müssen wir so fahren da können wir auch gleich empfangen damit er hier weitermachen kann da könnt ihr einen hohen übernehmen die fahrzeuge weil ich was gehen würde eigentlich schon da hat vielleicht startkapital aber das kann jeder machen wie er möchte das ja da gibt es keine vorschriften aber ins server ja wie gesagt da muss man sich immer ja irgendwann muss ich sicher sein auf wenige auch zeit hat ne und lust hat dann ins server anzumieten sind eine und das ist kein problem finanziell das ist kein thema aber wenn sie wird die arbeit ja machen muss ne allerhanden was zu probieren weil ich kann es mal für eine woche nehmen oder zwei wochen das kann ich aber probieren drei oder vier spieler ein paar meter haben wir noch ja das geht auch noch immer auf spiel die richtung und dann gleich mal auf elfer einstellen dann vier aus die fähre ja haktor fahren bist du wahnsinn die fähre war richtig voll ganz da hast du das ganz gute frucht da brauchen wir nicht so viel fahren bei weizen wäre das jetzt schon aufwendig gewesen also durch dreifache menge oder so ich habe aber hier vorne dran kann ich weiß gar nicht warum das so ist ob es da vielleicht ein anderes boot oder es gibt es kann sein dass es dafür gedacht ist damit man gekauftes boot und zum wasser lassen kann das kann auch sein das dauert und vor allem die ganzen mods die und kein film dass ich kein vergesse also aktuell habe ich alle da die ich haben möchte eine wieder raus die machen wir nicht dann kann man gleich mal diesel kaufen muss ich kreditrahmen erhöhen und dein dröscher ist schon halb leer nur eine frage der zeit dann ist ja alle mit dröscher jetzt überfahren mit sprit kaufen ist ungünstig parallel so abbramsten wird dann bekommen jetzt hörst mir so die fräse und getan dann gleich mal sprit kaufen tatsächlich vorne gewesen oh ich sehe gerade Zeit läuft zu Ende ist immer so ne übertreiben will ich es ja auch nicht aber das passt gerade schön fürs Funnel also ups passt sogar zum Teil dran zum fräsen ja da sind drei Dings hier zum Drehen ja mein Zerner wäre es ein bisschen leichter ne so und das soll schon heute gewesen sein das ist aber mal kein Dank weil ich reinschau dann soll ich mal schön schauen ja bis zum nächsten Mal Tschüss du detailed du